yo freunde was geht ab ich hoffe ich geht's googeln was ich mal sagen wollte freunde heute ist das mal thema lechanko also das ist ein youtuber grüße gehen raus an dich props in anführungszeichen will ich dich jetzt pushen ich habe jetzt auch über 1000 fans aber nicht so viel wie du also in anführungszeichen habe ich fans das heißt mich kenne halt über 1000 leute sagen wir es mal so es gibt auch leute in meiner stadt oder sonstigen in der stadt die kennen mich auch alle das könnten vielleicht zehn zwanzig tausend sein nur die abonnieren halt einfach nicht aber gut sie kennen mich feiern mich ich mache mein ding weil du hast gesagt jeder muss sein ding machen durchziehen und jeder macht sein eigenes ding muss ja nicht jeden gefallen und ich finde gut bei dir dass du immer so gute videos macht finde ich ich weiß bei dir kommt immer ansagen video an nicht ansagen video manchmal kommt ansagen manchmal kommt also gegen youtube aber das finde ich klasse weißt warum das jetzt kein wunsch gemein ich meine total ernst weil die ganzen youtuber sagen immer ich werde das machen ich werde das mal und ich traue dir zu du bist der einzige ausländer als ja nichts gegen aus ich bin selber halb ausländer und ich feier das da einfach dass du wie heißt deine meinung sagst und um die leute beweisen sagen immer ich mache das macht es beweisen es aber nicht aber du bist derjenige beweis dass du sagst immer wart da wenn ich das mache dann machst du das auch nicht immer diese gelaber in zehn monaten machen die das dann erst sondern du machst das gleich und nicht erst gefühlt in zehn monaten oder sonst ich feiere dich mach weiter so bist der beste hashtag legt schau mal in die kommentare ich hoffe das sieht das video ich feiere dich und ja ich feiere einfach deine art und ich finde einfach ich will jetzt in anführungszeichen meine zuschauer einfach mal zu dir schicken mal schauen wie was dies halten aber freunde müssen jetzt das spiel jetzt nicht halten zum beispiel wenn ihr nicht mögt dann müsst ihr es einfach nicht anschauen oder ihr könnt ihr einfach mal kurz anschauen wenn ihr merkt dass ihr gefällt sich euch gefällt sich dann schaut einfach weg aber jetzt ihr müssten jetzt nicht halten also jede seine sache da oben mögt oder nicht aber ich feiern aber wir müssen jetzt nicht rüber gehen und ihnen sagen ich hasse dich aber du bist besser nein freunde nicht jeder ist besser jeder ist derjenige wo feiert oder wie man das ausspricht weiß ich über das aus derjenige wo feiert wird gefeiert und der wo wie sagt man dazu wenn ich sage ich feiere den feiere ich den und wenn wenn derjenige mich feiert oder sonstigen dann ist das also jeder feiert den anderen jenigen anderen auch so jetzt habe ich es also freunde ist der beste mann grüße raus daumen nach oben abonniert meinen kanal ja wieder schon reingehauen wir sehen uns natürlich noch bis morgen also hashtag lechanko bester mann falls du das video siehst du bist der beste mann mach weiter so und ja wäre korrekt wenn wir uns mal treffen können dann können wir mal schön fett fressen gehen einen spaß essen gehen und ja ich lade dich natürlich auf meinen nacken eindecke also ich sage ich glaube ja so viel ich sage wieder schon reingehauen und ja lechanko ich weiß ich schneide meine videos nicht weil ich kann das auch nicht aber ich bin ehrlich ich bin nicht wie die ganzen youtuber und sagen ich bin vor der schneider und schneid voll gut ich bin ehrlich ich schneide nicht ich unterhalte so leute ich kann nicht schneiden ich will auch nicht schneiden ich unterhalte so meine leute meine fans sind es so gewohnt jedes andere sache aber ich finde deine perfekt daumen nach oben also daumen nach oben freunde abonniert meinen kanal folgt mir überall auf snapchat instagram und natürlich lechanko genauso grüße ich sag wieder schon aber ja und bis morgen bis morgen ciao ciao peace